So, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Battlefield 4. Ich habe ja letztens mal eine Aufnahmepause gemacht und er hat mich gespeichert, somit müssen wir die Panzermissi nochmal machen. So. Oh. Verdammt. Komm schon. Ich habe mir mal so für die Folge... Alter! Für die Folge ein kleines Thema... Oh, der kommt direkt auf mich zu. Ein kleines Thema überlegt. Schon brauchst du? Und zwar... So mit der heutigen Technik und so, kennt ihr ja bei allen. Es wird immer mehr, immer mehr Technik haben wir. Ob es vom Fernseher geht bis zur Überwachung, wir haben... Das ist unglaublich, was wir mittlerweile hier haben. Von... Also es ist echt krass teilweise. Samsung bringt jetzt das neue S5 raus. Bald. Bin ich gespannt, was es da jetzt wieder gibt. Ah. Super. Ziel. Zack. Und wir sehen es ja auch hier bei Battlefield, was die Technik uns alles ermöglicht. Also hier nach... Äh... Also in so einem schlechten Sichtfeld, sage ich mal hier, auf so eine Sicht umschalten. So, den haben wir, glaube ich, erledigt. Und, äh... Was jetzt mittlerweile neu ist, ich weiß noch nicht... Ich glaube, das wird aber noch nicht eingesetzt. Und zwar, äh... Ist das ein... Ein... Ein Sniper. Also, ein Scharfschützegewehr. Wow. Was ist denn das da oben? Vorsichtig. Was ist denn diese Wirbel da oben rechts? Moment, ich zeig das euch gleich nochmal. Fuck. Nein! Ah, Mann! Funktioniert gar nichts heute wieder, ey. Ich habe die ganze Zeit eben auch schon auf... Äh... Probiert aufzunehmen. Ich habe auch überhaupt keinen Bock, irgendwie auf dem mit dem Panzer so rumzugammeln. Mann, ey. So ein Scheiß. Je nachdem, ähm... Dieses Snipergewehr, ich weiß jetzt nicht, wie es heißt. Ich habe da jetzt nicht genau recherchiert. Nur mal so ganz kurz drüber geschaut. Und zwar ist das ein... Ich sag mal, ein WLAN-Snipergewehr. Damit kann man... Man kann... Ich sag mal, man kann das Gewehr irgendwie auf dem Hügel in die Nähe des Feindes, äh... Aufstellen. In die Nähe des Feindes stellt man dieses, äh... Scharfschützengewehr auf und kann das dann per... Ja, Fernsteuerung steuern. Wie ein fernlenkbares Auto. So kann man sich das ungefähr vorstellen. Und das Problem ist, weil es halt wieder über... Über Funk ist. Ja, natürlich. Weil es halt wieder über Funk ist. Habe ich denn erledigt? Ja. Ähm, weil es halt wieder über Funk ist, äh... Sind wieder die guten alten Hacker wieder da. Und das heißt, äh... Wir haben definitiv mehr... Das heißt, äh... Ich sag mal, die Hacker, die... Oh, der lebt noch. Hä? Ich dachte, der ist tot. Komm schon. Lad schneller nach. Oh Gott sei Dank. Ich geh mal ein bisschen entdecken, damit ich wieder repariere. Und zwar hat, äh, dieses Gewehr, ähm... Halt so einen fernlenkbaren Fuß. Und mit sich das Gewehr halt je nachdem ausrichtet. Und das, ähm... Falls halt über WLAN ist, läuft es halt wieder auf die Gefahr raus, dass man... halt die Steuerung des Gewehr hacken kann. Und dann kann man das, äh... Gegen den... Gegen den eigentlichen Gegner, äh... Wieder einsetzen. Sprich, man kann dann... Theoretisch kann man dieses Gewehr über ein Handy steuern. Also ist... Ist es echt beächt ängstigend, was... Heute... Heutzutage mittlerweile... Alter! Lass mich doch mal erzählen! Leck mich doch im Sack! Dres Kerl! Ach, Mann! Ey! Was ist los heute? Mir reicht jetzt mit dem Panzer, Alter. Ich hol mir jetzt da irgendwie eine... Granate und das war's. Ich renne da jetzt durch. Kann ich nicht, aber man... Ich will aussteigen. Das bringt auch nichts, einfach jetzt durchzufahren, ne? Na klar. Fängt wieder super an, ey. Krieg ich gleich richtig gute Laune. Mann! Scheiß Panzermission, die geht mir so auf den Sack. Ne, fahr ich falsch mit dem? So. Lauf jetzt einfach hier durch. Ja, schön. Ja, 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 ja. Hä? Nein. Halt! Da, so. Ähm. Ähm. Panzer, Panzer, Panzerabwehrrakete. Das soll da auch nicht funktionieren. Ja, klar. Oh, Mann! Alter! Was ist los? So ein Mist! Ich hab jetzt hier richtig groß Bock, irgendwie die Maus durch den Monitor zu werfen. Soll ich mal mit... Ich fahr mal mit dem hier. Fahr ich mal mit dem? Ach, schade. Was denn? Damit trifft man auch nicht. Mann. Mann. So, leck mich. Ich bin jetzt mal ruhig. Ich versuche mich jetzt mal zu konzentrieren, wenn ich das hinkriege. Bei mir geht das grad so auf den... Sack. So, komm. Wo ist er? Der muss doch irgendwie gleich spawnen. Da ist er. Wo schießt der denn jetzt? Ja, super, wieder von denen. Jetzt kommt der auch noch angeschissen. Mann. Diese Panzermessung. War auch schon bei Crysis so. Gut, den haben wir zerstört. Hoffe ich zum... Jetzt haben wir ihn zerstört. Ich warte jetzt erstmal, bis ich aufgeladen bin. Aber nicht nur auch die Waffentechnik steigt mit den ganzen Visieren und so, die wir mittlerweile haben. Auch die Roboter. Die NASA beispielsweise setzt ein Roboter ein für den Außeneinsatz im Weltraum halt, anstatt Astronauten daraus zu schicken. Aber das funktioniert auch nicht. Äh, ne Quatsch, was heißt funktioniert auch nicht. Ähm, also ich sag mal, der Roboter, der ist dann noch in der Testphase. Weil so ein Roboter zu programmieren, das ist schon eine Riesenarbeit und der läuft ja auch irgendwie mit... Keine Ahnung, mit was der läuft. Oh, oder so. Ich weiß es nicht. Ja, klar. Wo sind wir inzwischen? Feindlicher Panzer auf den Platz! Geht mir auf den Sack! Oh Mann, 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 Mann. Bin ich blind? Keine Ahnung. Ah! So, jetzt kommen also noch Gegner dazu. So. Endlich mal wieder schießen. So, zack. Oh. Na. Also. Uh, das leuchtet. Find ich geil. Jedenfalls der Roboter. Es gibt ja auch mittlerweile, äh, Roboter für die Leute, die sie's leisten können. Für, uh, Behinderte. Als, äh, ähm, Gehhilfe oder so. Die helfen, helfen demjenigen halt, ja, zu laufen oder so. Finde ich ganz geil. Finde ich ganz geil. Aber noch lange nicht ausgereift, die Technik. Alter, Mann. Gehen wir echt grad so auf den Sack. Aber das ist scheiße gut zu spielen. Also, was, was heißt gut, siehe Fails von vorhin. Und, äh, gleichzeitig zu reden, ist nicht gerade geil. Oder einfach. Gut, wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Und dann geht's weiter. Was siehst du hier? Du siehst hier die Endcard von meinen Videos. Unter den ganzen Titeln bin ich erreichbar. Auf YouTube, Facebook, Twitter, Google Plus oder Skype bin ich auch erreichbar. Schreib mir, äh, PNs oder sowas, was zu gut findest, was nicht. Liken, abonnieren, irgendwas. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Freut mich, wenn du wieder dabei wärst. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge.